Wo bist du gerade und was machst du? Ich stehe vor dem Bahnhof in Ypsan der Donau. Und ich warte auf einen Bus, der aber nicht kommt. Weil der Bus in die Ispaclam fährt nur montags bis freitags. Okay, was würdest du gerne machen? Ich würde gerne wandern gehen, das sieht man doch. In der Ispaclam? Es soll wunderschön sein. Habe ich gehört, aber ich war noch nicht dort. Warum ist es dir wichtig, mit dem Bus da hinzufahren? Ich bin mit dem Zug angekommen, ich habe ja kein Auto. Ohne Bus geht es nicht. Okay. Oh no, keine gute. Und was wollen wir? Was wollen wir alle eigentlich? Wir wollen den Bus ins Ispaclam!